Hi! Willkommen zu Let's Play The Boys Advanced Adventure. So, ich war im ersten Teil, im ersten Teil übersteuert. Ich bin sehr leid dafür, jetzt machen wir bei Oolong's Dorf weiter. Ja, warum nicht? Als nächstes gelang Goku und Bulma in ein kleines Dorf, dessen Bewohner von dem bösen Oolong Terroristen terrorisiert wurde. Die Dorfbewohner boten Goku ihre Dragon Ball an, wenn er Oolong beseitigen würde. Also kämpfte er gegen Oolong und er durchschaute Oolong-Transformationstechnik schnell. Nun wurde bald klar, dass Oolong... Oolong? Hast du wirklich Oolong? Schreibt mal in die Kommentare und klärt mich auf. Ein ziemlicher Schwächlinge war... Mist, jetzt bleibt mir nur eines übrig. Weglaufen. Transformation. Ah, hey, warte. Während Oolong panisch die Flucht ergreif, schwangen sie Goku in die Luft. Ja. Ich bin leid für die... Versprecher. Hey. Huch. Ahaha, du kannst mir nicht entkommen. Scheiße. Oh, fuck. Achso. Boah. Boah, Luftkämpfer, Alter, ey. Wie ich die hasse. Obwohl ich das zum ersten Mal hier mache. Oolong. Oolong. Ich... Ich... Ich werde dir auf jeden. Ach, das ist geil. Doch, ich... Alles wird das geil. Ja, ist es. Fertig, du... ...der Maus. Alter, Rakete? Gab du was eigentlich? Ich... In der Zeit. Ich glaube, er nicht. Aber... Oh, doch. Ne, doch, doch. Die müssen schon getrunken haben, die Kinder. Ich glaube, ich bin nur scheiße. Wo? Ja. Oolong. Spür meinen... Halt... Äh... Atacke. So. Wie ist klar? Na klar. War ja nicht gerade so schwer. Egal. Ich... Ich hebe auf. Bitte weggebe mir. Du bist wirklich ein ziemlicher Schwächling. Was? Und jetzt entschuldigst du dich... Du dich gefälligst bei den Dorfbewohnern. Okay, Entschuldigung. Ich tue niemandem mehr etwas zu leide. Aha, immerhin wir danken dir ein Dragon Ball. Und zwar den 6-Stern-Dragon Ball. Geil. Okay, machen wir es uns fort auf die Suche nach dem nächsten. Klar, warum nicht? Huko und Brümer zwangen Oolong, sich ihnen anzufließen. Und wandten sich im Besitz eines Wild Dragon Balls dem nächsten Ziel zu. Boah, wenn sie jetzt schnell sprechen, Alter, ey. Ich glaube, ich muss damit echt mal aufhören. Und deutlicher und langzamer Sprechen. So. Egal. Wüste. Na klar, ja, ja, Wüste. Kann daran schon sein, so schlimm ist. Hi, Yangshu. Boolong. Wer bist du? Ich bin Yangshu. Yangshu. Yangshu, ja. Sogleich, Yangshu wird ja in Japanisch aussprochen. Oh, genau nicht. Der Wüste Bandit. Gebt mir all euer Geld und alle euer Kapseln. Worauf wartet ihr? Herdamex. Der Wüste Bandit. Der Wüste Bandit. Ja, blöd Männer, wie ihr wollt. Noch ein Bosskampf. Ja, alle nacheinander. Aha. Alle sofort hintereinander. Egal. Wenn die Obisigen, ja schon. Wenn sein muss, tüten wir dich. Aber, ne, das eher nicht. Wir brauchen dich. Wie ihr kennt. Du bist ne gute Hilfe. Mach mal. Und auch das Opfer, was immer in die Luft gespringt wird. Von den, wie hieß die? Die Pflanzmänner. Ich hab keine Ahnung. Boah, mein frische Tag. Boah. Boah. Harter Schlag. Nimm halt und in die Fresse. Schon geworben? Hätte mir mehr gedacht, aber egal. Was? Wäre das etwa schon alles? Ja, okay. Was für ein Langweiler. Renn einfach weg. Dino. Hasenohren. Dabei macht er gar keinen schlechten Eindruck. Aber für sowas haben wir jetzt echt keine Zeit. Er weitergeht zum Feuerberg. Ich meine, dass ich jetzt irgendwie, welche Witter einbinder, die gar nicht da stehen, aber egal. Oh man, warum muss ich auch mit da hin? Ja, weil wir dich mit haben wollen. Als Essen, aber was sonst? Gespeichert. Ja, schön. Geht ja, relativ niederspiel. Feuerberg. Geil. Ich liebe Feuer. Schließlich gelang Goku und die anderen zum Feuer. Ja, es hieß, im Schloss auf dem Berg wundert der Grimmigerin der König. Der König? Weil wie sich herausstellte, war der Rinderkönig ein Schüler Muten Roshis. Oh, und dann? Er bot Goku seinen Dragon Ball an, wenn dieser dafür Muten Roshi holen ging, um das Feuer in seinem Schloss zu löschen. Muten Roshi eintraft, macht er sich sofort bereit. Ka-me-ha-me-ha-ha-ha-ha-ha. Spann kann ich nicht. Es ist vielleicht schon sehr spät abends. Mit seiner Kamehameha-Welle war das Feuer in seinem Schloss er nun gelöscht. beeindruckend was für ein super technik mensch opa das musst du mir beibringen ha 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 um die kamehameha technik erlernen zu können sind 50 jahre training nötig klar nun ging es wird dich zwar nicht nützen aber ich zeige es trotzdem mal okay was zeigen du musst sein energie sammeln also energie sammeln und mit einem mal einem mal freiletzen ja das energie sammeln und die tasse loslassen das mal klar immer hey mein junger wer bist du eigentlich jetzt ruku wer sonst der beste also gohans enkel wie geht's gohan denn eigentlich ist mein großvater geht ach so wie es mein großer da geht der schon lange tot was ich verstehe kommen doch mit zu mir dann trainiere richtig wirklich okay sobald ich alle drin wo ich habe komme ich ja ich habe ihn ja wie sie in general wo gehen wir den letzten bürger suchen wollt ihr bereits gehen nun ihr seid mir ja stets gekommen die andere nämlich an macht gut renner könig hier wo ich das hier aber auch geht der p wie schnell wie schnell ich weiß nicht wie es dauert aber dann kannst du auch nicht dauern ja das macht mir noch und dann machen wir schluss der suche nach dem letzten ring ball gelangt koko und die anderen so viel auf schloss wo wie die so mühsam gesammelt gesammelten wohnung von pilaf gestohlen oh gott oh nein oh nein man hat uns hat auch gott mein deutsch hat unsere green balls gestohlen pilaf es hat mich noch nicht ich mal die kleinste mögliche als das ist das rum gehören die grenzen wo man denn wo ist mir endlich werde ich über die welt herrschen und koko und dann nimm was schon gut die haben wir bald wieder auch mein deutsch alter hier auch weg alter ja schon herrter irgendwie als die als ich habe ja hand von kappner hier rein die roboter ich sollte mal mehr blocken, ja, ich weiß ha, die hat voll gut alter, für was jetzt? nur für die scheiß cheeseburger, hamburger, boah was da auch war dafür unnötig ja, nicht grad weit, oder? egal, besser ist nix alter, jetzt ist hier da, äh ich weiß, dieser sehr oft alter, aber das ist mein Standardboard move, komo move, komo, move, egal so hier die Kugel komo nach cheese, egal wir haben die Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha aber für mich sieht es nicht so aus wie eine Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehaa echt wie diese lassen Energieblumele entsteht diese auch immer bei courtslipo into Tennessee abantom wo wir schon bei den PS2 spielen sind da fand ich bei Tech твоi Tenkachis 2 noch am besten, ne weil ist das einfach so besser als im zweiten tag auf jeden fall alter gute runde boah okay viele kugeln energiekugeln brauche ich auch das ganze energie voll ja schade ich hoffe sie habe probiert relativ gut durchgekommen egal ich habe mir wehgetan das ist ein gefängnis oder was egal ein kapsel das ich jetzt auch nicht mehr wie es geht ach so eine längere eine längere Stab haben wir jetzt gleich weiter eigentlich recht leicht das spiel doch ja irgendwie doch gleich ja als ich dachte ich kann rennen achso wusste ich gar nicht egal wusste ich gar nicht ja noch ein vorteil denn ich weiß ich weiß so der einer reicht nicht egal aber ich auch wie ist das denn da unten oder ey das ist der killer oder was wie rein hier die toilette die 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 hunde füchse wie sie jetzt doch hunde einfach egal Und die kommt irgendwie immer voll in den Horn. Aber das fünft halt ein Buch. Ist klar. Und nun eben soll ich so kommen. So. Weg, schnell. Puh. Nein! Da war ja ein Schrei. Ich hab keine Wolle als neuer Versuch, also. Ja, aber nicht gerade. Alter. Ja. Mega, das werden wir shoppen noch. Alter. Schöne weg. So. Weg mit dir. Weg. Weg mit mir. Weg mit mir. Weg mit mir. Kastor, was die da haben. So. Apple. Ich hab ein Apple gefunden. Wie lange überleben die eigentlich? Boah, spawne lieber wie... Ja, die spawne immer wieder neu. Sehr schlau von mir. Ja. Einfach hier lang. Weiter. Weg mit mir. So. Nächster weg. Komm hoch. Schwingung, komm. Keine. Weiterefüß. Egal. Lääääh. Weg. Wie geh schon los? Ab gründ. Klar spring ja auch kaum für runter. Waaah. Wackna. Ehh scheiße. Schnell das stecken. Das ist ja nicht ganz einfach schwer, oder? Boah, einfach so unfair, ey! Oh, da muss ich schon viel dran stehen. Egal, ich hab ja noch genug Leben! Nur weg mich hier vor, mit euch! Wie gesagt, 50.000 Punkte? Annehmbar. Aber ich will mehr. Ich bin aufgeladen! Alter! So schnell! Angus! Wo bin ich denn ein... Mann, ich will wohl mal, ich kann mir auch mal helfen, ne? Ich bin einfach hier, wie weit ich hier fertig bin mit allen. Mit allen Gegnern. Was? War das? Ja. Boah! Sprung! Ja! Am Frühstück habe ich keine Sprung! Ja! Egal! Weiter! Ich weiß nicht, was ganz genau geht! Ich weiß nicht, was ganz genau geht! Mach weiter einfach! So! Hochkick! Auch weg! Äh, meine Tasse gekämpft! Ja, von meinem alten Gamepad! Nämlich, ich nehme mal niemand als Gamepad nicht mein neues. Und das Xbox 360 Gamepad ist damit irgendwie nicht kompatibel, glaube ich, mit diesem Emulator. Das war einfach ganz gut. Das war irgendwie cool. Und... Los! Boah, das ist ja egal. Egal? Nein. Nicht egal. Scheiße. Scheiße, wenn man die, die mich verwendet. Das ist unfair. Ich hab keine Raketen, die ich irgendwie aus meiner Hand schicken kann. Komm doch her. Wenn ich zwei mal nach Niko in der Rest kann ich nicht überspringen, ne? Nein! Fuck, ey. Ich wäre doch lieber gestorben als hier unten so sein. Oh, Gott. Oh, nein. Bin ich jetzt hier gelandet? Alter. Bin ich jetzt gelandet? Durchrennen. Hä? Wo bin ich denn gelandet eben? Wo muss ich hier runter? Oh, Alter. Glück da. Auf und weg. Ja. Wie das auch nicht. Geil. Ich bin doch runtergefallen. Weg. Alter, die Tasse klemmt immer. Ich kann was machen. So uncool. Boah, Alter, gewinnt. Langsame ist echt knapp. Dann einfach noch weg. Schnell, einfach nur weg. Und eine Äpfel nehmen. Und fraisen. Oh, wie ich... Ich weiß... Hrrrr. Ich muss mich da schon wieder auch noch beenden. Weenden, wenn ich fertig bin. Ich meine, durchschnittlich so tief. Ich mach einfach 2 Pads drauf, wie wär damit? Also schau